Gut, mal schauen wie es weitergeht, wie es weitergeht, bin sehr gespannt. So, ich bin geheilt. Und beim Dingsen, beim Trainieren und so weiter, habe ich auch eine schöne neue Rüstung aufgeschnappt. Tsukuyomi-Noshi. Und ich glaube, Teddy habe ich noch eine Tsukuyomi-Noshi gegeben. So wie es aussieht, habe ich noch eine. Äh, nicht Jokiko, äh, Yosuke. Ne, habe ich noch nicht. Also, Teddy und ich, wir haben gute, ein bisschen bessere Rüstung. Noch, und ja. Wenn ich nicht mit dir, mit Teddy reden. Set für Dachi Baby. Yes. Weiter geht's. Mal schauen, können wir irgendwo... Continue. Ja. Continue. Okay. 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 Weiter geht's. Mal schauen. Zack. So. Okay. Weiter geht's. Mal schauen. Okay. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Skill. Feuer aufbauen. Sollte gut sein. Nein! Feuer aufbauen ist scheiße. Wunderbar. 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 Ich bin jetzt nicht sicher. Aber Teddy kann jetzt, äh, starke Eis-Attacke auf alle Leute machen. I-S. Und dem- Einwander mit. Beide mit. Einwander mit. Einwander mit. Schönen einwander mit. Würde shines! Die Leiter mit. Auch das ist, wenn das gar nicht in. I-S. Im-E-S. A-S. Das ist die Ab pilgrimische. Was ist denn mit diesem Ding? Nicht geben! Das ist Soda! Gold 1 Amrita Achso Amrita hat er gelernt Zack Zack Bring sie um alle Oh fuck Fuck off Winkt gut an Aber es zu 100% davon Block Geheile mal bitte Nein was machst du denn du Warum heilst du mich? Heile doch Chetty Nein Chetty was machst du denn du? Nicht mich Nein warum Können wir nochmal anfangen Schaffelten Schaffelten Wollte ich eigentlich nicht aber okay Sonne 61 Sonne Oh Oh Ich habe ihn nie Mal heilen Mein Gehl geht auch langsam Weg Ah Wunder schön Oh, ja, ja, da geht's gleich weiter. Wunderbar. Aber geht's. Namitame ist der Serial Killer. Das ist was Society accepted as Truth. Everyone ist fiercely latching on to it. Let's say you guys catch me and that truth is proven false. What do you think will happen then? You don't get it, it's simple. They simply latch on to that instead. Nothing about them or the world will change. That's the truth you're all looking for. Gee, what a smart ass. What's with this guy? He can blabber about logic and try to dodge the truth all he wants. But what he's done can't be forgiven. We'll make him pay for his crimes. Let's go, Zanpai. Let's go, Zanpai. Huah! Komisch wird's. Es wird schwer sein. Es ist jemand anderes. Feuer auf mich. Sehr gut. Das ist das Beste, was sie machen können. Feuer auf mich. Ja, danke. Gute Gegner. Gehen Sie es, Leute! Häng ihn da! Gehen Sie es, Tedd! Gehen Sie es, Tedd! Ja! Ja! Shuffle time! Das Kack-Ding, das haben wir schon gesehen. Warum nicht? Level ab! Level ab, Yusuke! Sehr gut! Guter Mann! Noch ein Level lang lernt er. Brave Blade. Mehr Kraft für mich! Kannst du auch Level ab? Teddy auch Level ab. Nice! Riese? Ja, Riese auch Level ab. Nice! Wunderbar. Alle Level ab. Außer meine Person. Weg, weg, weg! Ja, mein Glück. Und es sind die wieder. Ich könnte mal versuchen. Nein, Feuer auf mich! Nein, Feuer auf mich! Nein, Feuer auf mich! Ich könnte mal versuchen mit Instant... Tod. Hoffentlich blocken die kein Licht. Weak! Yes! Perfekt! Milky. Sie are in der Zeit. Die sind nicht nur zum Grund, sondern mir finden. Die sind nun beim Stap de Morde. Die sind nicht nur zumometraben. Jetzt bin ich gerade hier. Mit deswegen, ohne Stapion. Die ist die Stapion! Die ist der Stapion. Die sind das für heute. Die sind was? Sie sind die Stapion. Und das ist gerade schon. Ich bin wieder auf mich. Eine Stapion zu erinnern. It's Magic Damage Wants. Okay. Okay. Der ist auch ganz gut eigentlich. Weil der nimmt keinen Feuerschaden. Der nimmt halt keinen Feuerschaden, wird halt aber nicht geheilt durch Feuer. Aber er nimmt auch keinen Lichtschaden. Aber er ist schwach gegen Dunkel. Gut. Wo ist denn mein... ...den Throne? Der ist grad nicht da. Mal schnell... Mal schnell checken, wie die... ...werft da. Aber Throne hat Regenerate 2 und Resist Dark Endure Dark. Mal schnell schauen, wenn die... ...ne, da ist Throne. Der hat mehr Stärke, bisschen weniger Magie. Uh, der hat mehr Endurance. Aber Throne ist schneller. Aber der hat mehr Glück. Und der lernt noch ein paar Dinger. Ich bleib. Ich bleib bei Throne, glaub ich. Bei den SWAT-Polizisten... ...meinst du mit dem Instant-Kill-Zeug? Bei dem Instant... ...äh, bei den... ...bei den, äh... ...Polizisten-Typen... ...da hatte ich keine... ...keine SP mehr. Da konnte ich keine Magie machen. Nächste Etage... ...hah, Dead End? Hm, there is something in the center of this area. Ready, Senpai? Yeah! Woher sieht die das? Wenn, wenn die... ...wenn die über die ganze Karte gucken kann, ...dan kann die auch die Karte für mich aufdecken. Dann weiß ich direkt, wo ich gleich als nächstes hinlaufen muss. Okay, blocken. Fuck. Okay. Jouuuu! Jouuuu! Oder Yosuke. Nix Primal Force. Ja, greif nochmal an. Besser als dein kacken Primal Force. Ja. Einfach zack und zack. Ja. Shuffle time. Setzt da der eine Typ auf dem Klo? Was? Den muss ich haben. Ach komm. Nein. Fuck. Scheiß drauf. Besser als, dass ich absolut nix bekomme. Also nicht mehr Erfahrungspunkte und Geld. Der eine Typ saß auf dem Klo, den will ich haben. Was ist passiert? Was ist passiert? Hör auf, denn dieser wird schwer sein. Soda! Bitte stirb! Nein! Okay, daneben heißt nicht, dass er blockt. Nein! Boah! Oh, oh! Oh, der Mann! Nein! Bring ihn um. Bring ihn um. Der sieht stark aus. Yes! Was wie Block. Oh, fuck! Was ist denn? Ja. Es gibt Soda! Ich werde ihn nächsten Mal bekommen. Ich werde ihn in der Nähe von. Es gibt Soda! Was ist denn? Es gibt Soda! So, bitte nochmal Klo, Mann. Ach, scheiße. Uriel Justice Medium fire to all Light, medium chance, instant kill Justice Justice Withlee Kanchi's SP 那 Edwin Gutsch! Gutsch! Nice. Der ist... Nice. Oh ja, okay. Bäh, klar. Nein, warum greifst du nicht den anderen an? Okay, okay. Warum garten die? Ja! Ja, Jiraiya! Ja! Ah! Das dauert immer! Hey, herzlichen Glückwunsch! Loll 69! Loll 69! Loll 69! Sprech! 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 Ja, j Opera! Das war's! Sprech! Ahhhhhhh. Zuck. Ohhhhhhh. Zuck. Soda! Bitte stirb. Ja! Zuck. Zuck. Und. Guter Kampf. Sehr guter Kampf. Ja, danke. Throne level up. Yey. Yey. So, bitte was gutes. Kurs. Fuck off. Ba 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 ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Brrrr. Brrrr. Bitte die. Hammer und den. Bitte treff. Bitte treff. Fick dich. Schhh. Leid. Sterb. Mann. Danke. Be defeated. You're off to a good start. Help on ya. Persona. I. Makes a punch. Yikes. Go get him. Go go. All right. Hilfe. Toad. gems toadple. Ouwee missions toadple. Vedge. In the sun. The sky. You saw an island. Geps. Melining. Core. Demount. A house. In the day. A house. Perfect. Get down Das ist ernsthaft ne Kack-Spirale Okay, Panzer und die Ding... okay, gut Der stirbt Der stirbt Die Flammen sind cool, aber cooler Panzer Ich sterbe auch Ah, Fick Sehr schön Flammenpanzer Oh Oh Nice Ein bisschen Fromme Klo-Mann Nein Wo ist denn der Klo-Mann? Maaaan Wird etwas Gutes Snuff Solo oder sowas Hellmann Fick dich Mh Ne Kein Bock Oh Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Schlüssel habe Daher Daher Der Vogel, der ständig auftaucht Der ist nicht gut Zwei 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 Ich hab so... ... die Kackdinger... ... waa! ... Mäck, wasser! ... 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 Lass uns den Trick machen. Los geht's, Senpai! Macht der, macht der nur den Scheiß? Gut. Ernsthaft? Konfusion? Nein. NÉI. Was ist denn das für Bullshit, Gegner? Floatiddy Gut... Naiv... Fuuuuck! Was ist denn das für Bullshit? Nein! Was mit dem Kontern ist der größte Schwachsinn? Das wird eh nicht... Instant Kill wird nix bringen. Das wird ja die Lume sein. 30... Da ist Sona! Verdammt! Ich konnte es nicht enden! Einen Enem zu gehen! Halt! Einen Enem zu gehen! Ja, das war von Anfang an nur eine! Ich werde es nächsten Mal! Der ist nicht mehr zur Hälfte gekommen! Der einzige, der den Scheiß heilen kann mit einer Fähigkeit! Ja, ich mache dir eine wahre Leben. Nur wenn du es realisieren kannst. Hier, wenn niemand zufrieden. Du kannst es nicht mehr zufrieden. Ich mache mir die Wunderschönen. Ach, mich geht aus. Ich mache mir eine Funktion, die pivotale. Das Kleinobch in Этот doubled Riot segundo... ...bü 1992. Das ist ein dicker Haut! Ich kann es nicht! Es geht nicht runter! Schon wieder nur Teddy, Alter! Es ist jemand anderes' Turn! Yikes! Verdammt! Ich konnte es nicht enden! Bounce, Teddy! Keep it up! See ya! There's Sona! Ah! It ain't going down! Ernsthaft! Ah! So stubborn! Ah! We turn to the truth All my life's in it 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 There's Sona! Yes! Can you let me out? You're gonna lay down at Dile Red All my life's in it Oh! Senpai, that was so cool! Uh-oh. Komplette Runde nur gekontert. Guter Mann. Oh, das sind gute Erfahrungspunkte. Low 70. Yeah. 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 Ha! Mehr Kraft für mich! Oh. Fully Restores Partys HP. Guter Skill. Guter Skill. Gut. So was passiert jetzt? Yes, the power is getting weaker. We might be able to pass through that place now. Let's go back Senpai. Was? We, let's go back Senpai. So in der Scheiß. Let's go back Senpai. Habe ich einen Schlüssel? Nope. Den werden wir jetzt aber nicht ernsthaft sagen, ich muss durch die ganzen Welten jetzt wieder zurück. durch die sechs Welten. So in die andere Welt rein. Damit ich da weiter kann. Ich muss doch einfach nur hier raus. Na wir werden's. Wir werden's sehen. Vielleicht muss ich auch einfach nur hier raus. Ba 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 ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Das ist zu schwer. Wer weiß. Das ist immerhin der Dungeon vom allerletzten Boss. Und so weiter. Ja vom allerletzten richtigen Boss. Gibt noch einen. Gibt noch einen geheimen Dungeon mit. True Boss. Und so weiter. Bla. So. Welt 5. Welt 5. Ernst. Ach. Ach. richest. Versure. Ben. Maestro. Jetzt. Na. Du bist. Es ist. Du bist. Du bist. Du bist. Ah. Hm. Bitte, genug Geld. Oh ja, gut. Sicherheitsspeicher. Lust City. Du Sack. Warum hast du so einen bekackten Dungeon? Gut, wir haben einen Full-Six. Ja, ja. Obitabitabitabitb. Ja. 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 Ich bin gut, nicht? Töne die Schraube. Und dann, die Schraube zu entdecken. Und dann, die Schraube zu entdecken. Und dann, die Schraube zu entdecken. Du bist neugierig, das ist eine Schraube. Du bist ja nicht mehr, ich fachscht. Du bist neugierig. Du bist auch neugierig. Du bist ja nicht mehr, ich bin einiger. Ah, okay, ah, loo, 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 loo. Gute Musik, Gute Musik. We did it, senpai, it's open, alright, now we've got him countered, let's get him. War es das? Sind wir am Ende? Yes! Ende! Ähm... Okay, als erstes... Heilen... Dann... Jetzt... Iosuke... Directkommand... Kanji... Directkommande! Teddy... Direct... Gut... Außer, dass es erst... Außer, dass es erst... Mitte... Ah, sieht, sieht recht, sieht recht. Fertig aus. Gott, so, Adachi, fick dich. Adachi ist just a bad, this is it's a bye. Proceed, yes, yes. Hoffentlich hat er gute Bossmusik. Wow, I'm surprised you made it this far. Hello. Allow me to confirm the crimes you've committed thus far. You had suspicions that this world was dangerous, yet you threw Mayumi Yamano into the TV. Knowing full well that Ms. Yamano died here, you did the same to Saki Konishi. Not only that, but you duped Namatame into taking over your murder attempts, while you watched like a spectator at a game. When the disappeared stopped dying, you sent a warning letter to ensure more victims. Even when a copycat killer arose, you had the gall as a detective to eliminate a suspect under investigation. Two people died in the last six months, and a young girl is now in critical condition. But that's not all. If at any turn something had gone wrong, many more would have succumbed. All for some foolish excitement, like a criminal reveling in the chaos he creates. Yeah? So what's your point? All I did was put people in here. It's the world that really kills them, isn't it? This world reflects people's thoughts. Which, oh dear, does that mean the real culprits are everyone on the outside, including you? To hell with that! You did that stuff knowing full well those people were gonna die! If that's not a crime, then what is? You're so self-righteous. How can you say that? Aren't you a police officer? Out of everything you could have been, didn't you specifically choose to join the police? Don't make me laugh. Just because someone joins the police doesn't make them some kind of agent of justice. You know why I applied? So I could legally carry a gun. That's all. You'd be surprised how many are like that. I thought it would be fun, too. But to tell the truth, that was a wash. Everyone around me was such an idiot. I made one tiny mistake, and they all got on my case and sent me out here to Nowheresville as punishment. I was bored shitless and wondering what to do next when I discovered this power. A gift for having to put up with this lame job out in Nowheresville, I guess. I did that stuff because I could, and it got interesting, so I watched. That's your reason? You can't be serious! You really don't care what happens to our world? Let's be honest. There's nothing great about the real world, is there? It's just dull and annoying as hell. No one accepts that's the way things are. They're just stuck with it because they can't deny it either. Those who actually succeed in life, they just happen to be born with a magic ticket called Talent. If you don't have it, you can either accept or deny that fact until you die. That's your only choice. Once you realize that, all you have left in life is despair. The ultimate game over. Wouldn't it be better if that kind of reality was wiped away? That's complete BS! Brats like you are so damn naive. You piss me off. Listen, you might have hopes and dreams right now, but that's only because you know nothing about reality. One day you'll see. You'll be faced with a boring reality that boxes you in, no matter where you go. You're the only boring thing here! If you want to disappear, go ahead! Burn! Stop dragging us into it! Stop yelling, punk! I understand you're all afraid and gotta act tough to cover it up, but jeez. I'm telling you all this based on my own experience in life. Think about it for a second. Once everyone turns into shadows, they'll still keep on living, oblivious to all the things around them. So how's that different from the way it is now? No. This'll make things much easier for everyone. Easier? What the hell are you talking about? How many people out there actually think about what's real or what's right and wrong? Next to none, I bet. It's useless to think about those things in the first place. You don't get anything out of facing reality, and there's no way to change it either. I mean, what could be more boring than brooding over things you can't change? It's better to just ignore them and believe only what you want to believe in life. Doesn't that sound a lot easier? It would be awesome if everyone's life could be that easy. But it doesn't work so well. No matter who you are, your life span is about 80 years or so, right? Then it'd be easier if we all just became shadows. No need to hold back anything. No more pretending we don't see things. Honestly, we don't need our world anymore. Better to let it be swallowed up, and for mankind to turn into shadows. That's what all those people who are scared to death really want. So it's my duty to see that they get it. Nobody wants anything like that. It's just you, dumbass. Jeez. Don't you remember what it was like when your shadow came out? It must have been enjoying life far more than you. Uh-oh. Be careful. I don't know what's happening. You all saw shadows as mere monsters, didn't you? These things move on pure instinct. They go wild because you defy them. You annoying little brats are the ones who are wanted in the new world. Speak for yourself. Living is too painful for you, but you don't want to die? Of course no one would understand. It makes no sense. You just throwin' a tantrum like a kid who can't have his way! People can't live alone. If you give in and sever your ties to human society, it will naturally become hard to live in it. What? Quatsch, that's going on. Quatsch, that's going on. Yet you refuse to face life and admit your fault, running from your own humanity like a coward. And though you claim to find life troublesome, you cause nothing but trouble for many others. Your twisted logic is that of an immature, egotistic brat. You guys can't even stand on your own unless you deny everything I've said. Stupid teenagers! You have no idea what kind of shit I've been through! Favoured by the world, my ass. I'm gonna say it flat out. You're just a worthless criminal! I'll kill him! Get out! Here he comes. This'll probably be our last battle. Let's hit him with everything we've got! Yeah! The world is about to change! Your existence won't belong there! I thought I could just leave you be, but you're like a plague! I'll have to get rid of all of you! I wish we could get rid of you, but we'll make sure you pay for what you've done. Shut up! Get lost! Get the hell out of my sight! I can't believe he's the one! That bastard! We can't lose, no matter what! Counting on you! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Eine Persona? Aber das kann nicht sein! Aaaaah! Dumbass! Munchi's been hit! Someone help him! Soda! Soda! Countin' on ya! Persona! Ah, you punk! Hehe! Come on down! Ah! 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 Dumbass! Okay. Also bisher geht's. Eigentlich. Von den Sachen, die er macht. Ah! Ah! Hehe! There's Soda! There's Sona! Damn breaths! Shut up and let me finish you off! Zonath! Okay, das ging daneben. Hopp! Gut, schon hab ich mal Homunculus. Ich hab nicht mal Homunculus mehr. Außer ich seh die hier nicht. Hä? Tshh! Das könnte schlimm sein, obwohl Moduna ist, glaube ich, dunkel und ich habe eine... also... ...mein Charakter hat Dunkelresistenz, daher... nicht ganz so beschleunig. ...Persona! Komm her! ...Evil Smile, okay? Ja... ...No, don't get scared! I'm with you! ... ... ... ...Vrotten Blade! Okay, ist nicht so schlimm. Warum greifen denn mich mal normal an? Okay, es macht nicht besonders viel Schaden. Okay, gut. So, fast die Hälfte. Aber das ist ein wirkliches anderbeiniger. Manche sind nahe, aber es ist auch nicht wichtig. Wir sind nicht mehr. Das ist ein Verwalt, aber das wird nicht mehr. Wir werden nur noch mit einem Lager. Das ist ein Verwalt. Ich bin nur nicht mehr so, dass wir in einem Lager die Hälfte. Wir sind noch nicht mehr so. Wir sind noch nicht mehr. mögliche. Dammit! You're all such a pain in the ass! I'll kill you! Just like I did those other ones! Good shit. Countin' on ya! Bastards! There's no way I can lose! It makes no sense! I can't lose! Dumbass! Slowdown! No! Aaaaaah! There's Sona! Kiyah! There's Sona! I can't lose! Gah! Sona! Slowdown! Gah! 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 Come on down! Oh, das ist Glips, oder? Oh. Zumass! Throwdown! Persona! I'm still ticking! So. Careful, guys. Teddy's health is pretty low. Throwdown! I'll get strong, too! Alright, they're leveled up. Power up! Okay. So much on. Damn! This is lame! Well... Our world's gonna disappear soon. No matter what. I didn't have anywhere to go back to anyways. Everyone's gonna become shadows. What's next to the end? Next to the end would be possible. What the... What the...? All humans will become shadows. And I shall descend upon the united world as the master of order. Descend? Order? What's with this guy all of a sudden? What's happening? Guys! This is an Adachi! It's someone completely different! Both this world and yours will soon be enclosed in a fog that never lifts. It will be the peaceful world that mankind has longed for. Who are you? Who are you? Will soon come to an end. Mankind will soon become shadows and live on in the darkness of the fog. Oblivious of their reality. What the hell are you? Why are you doing this? I am the one that shepherds humans to their true desires. Though their hearts longed for peace, it could never be attained. So they tore down the wall between image and reality. Indeed, this is the outcome desired by mankind. And mankind's desires are my desires. That is why I decided to expand this world. You're saying you're the one who created this nasty ass world? This is part of the sea of unconsciousness that exists within human hearts. A hollow forest born from bloated desire and false imagery. Humans view things as they see fit. They wish not for truth. But rather prefer the undesirables be hidden in fog. Still, humans fear what they cannot see. That brief yearning for truth becomes a ray of light, which breaks the fog and torments the shadows. That's why they attack and kill whoever's nearby at that time. A hollow forest. Then, this place isn't simply affected by people's hearts. It actually exists inside them? Mankind abandoned its pursuit of truth, placing itself in the depth of chaos and falsehood. Thus, my strength has grown, and the fog will not lift. Your world will be engulfed by the hollow forest. Will you shut up already? We'll just use our power to beat the heck out of you, and it'll all be over. It was I who made it possible for you to bring about this destiny. I bestowed power onto those who could brave the hollow forest. That is what allowed you to come in contact with this world, and you all have done very well since. Bestowed power? Contact with this world? You mean the power to enter the TV? I? Then the Midnight Channel. Was that phenomenon also your doing? Humans fail to see things as they truly are. They choose to see only what they wish. I acted only in support of this. A world filled with desires, viewed through a window, from which one sees what one wishes to see. Humans departed from reality of their own volition, craving more false images. A window that shows people what they want to see. So that's why those who got famous suddenly appeared on the Midnight Channel, one after another. It was all in people's minds. I have to say, it must be true. The Midnight Channel we saw in Namatame's hospital room, that kept bothering me since. What we saw there wasn't Namatame's true intentions at all. Then, it came on because we were all thinking, this person must be the killer, he can't be forgiven? We let ourselves be deluded. Exactly. The more false images one yearns for, the more one stops yearning for reality. And so the forest grows on. That is the expansion of this world. Enough talk already! Long story short, you're the one behind all this! Yeah, I don't know who you are, but you're going down! People want to become shadows? Their desire is your desire? To hell with that! When did we wish for that crap anyways? We kept fighting and fighting like morons to get where we're standing! Yes. That I did not foresee. The ability to master your own shadow that emerged to kill you, and use its power. A new and uncertain facet of mankind. Is it worthy to put my trust in? Or not? It must be tested. the light, I'll die too. Because if it's a fire, Because I will kill you. I will destroy you. The light, will destroy you. If you will go to flames and fire, So, this is the cause of all the fog? Indeed. I have come to put you off to the test and judge your worth. Like, we give a damn what you came for! You've done what you want so far, but that'll end when we crush you! Precisely. Then we know what we gotta do now. I don't want people to turn into shadows. We'll defeat it for sure. I'll back you up with everything I've got. This thing has no right to exist. Absolut kein bock drauf. To defile me is a senseless act which goes against your world's wishes. Now, let everything vanish into the sweetfuck-evolution. Let's finish off ugly here. We ain't about to let a gross-looking eyeball do whatever it wants. It's huge. Let us begin. Careful, guys. Teddy's health is pretty low. I'm counting on you. Persona! Come on now! Warum darf der zweimal angreifen? Wir sind unfair. Ich glaube die SP von Teddy spare ich mir auch fürs Heilen. Zumindest hoffe ich, dass physische Angriff irgendwie Schaden machen. Ja, machen wir es. Okay. Okay. Wow, come on. Soda! Countin' on ya! Soda! There's Soda! 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 Oh, cool! Hanzi, your agility has been lowered. Perfekt. Danke schön. Boss heilt mich. Das ist sehr nett. Das ist sehr, sehr nett. Soda! Hilfe, Nonya! Da ist Soda! Die schaden mir nicht, sondern die absorbiere ich und die heilen mich dann. Ist das Besondere an der Person, die ich habe. Kann dieses... Dieser dämliche Debuff endlich mal weggehen, ey. Der Nerv ist ein bisschen sehr. Der Nerv ist etwas weitergeredet. Wann ist das? Der Nerv ist der Nerv ist der Nerv. Ja. Das war's. Der Nerv ist der Nerv. Der Nerv ist glücklich. Dääh. Das war's, der Nerv ist zu. Halt'in' on ya! Sorry! Sorry! Persona! Throwdown! Persona! 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 lower payload Schau! Throwdown! Hahaha, danke! Noen Wishes for the Fall to live. Why act against the wishes of your fellow man? Consider, is that truly just? Yosuke-senpai's persona is sealed! Silence of Teddy is... ...sehr schlecht. He takes a bunch! Sorry! Cheers! Yosuke-senpai! Oh man, oh man! Hmm... Whoa, Conti! Are you okay? I'm pissed now! I'm still... Check it, Hetty's persona is sealed! Ah! Inter! Come on, suck it up! Yosuke-senpai, are you okay? Someone heal him! Um, Yosuke-senpai, your health is really low. Be careful guys, you're really low on health. Poor Teddy's persona is sealed! Yosuke-senpai, your health is really low. Poor Teddy's persona is sealed! Counting on you! Persona! No. It's not that much. That's not that much. We're all over the problem, but we're not bound with guns! We're all over the problem! We're all over the problem! That's why we're having trouble… And don't eat the money! You're not one! Not that we're gonna make the money! Even though we are, we're gonna be $2. Das war's für heute. Warte, Leute. Die Hilfe ist ziemlich hoch. Warte! Da ist Sona! Die Leute müssen halt auch mal treffen. Ja, ein Glück. Der hat eh keine SP mehr. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Oh! Hanji kann nicht seine Persona nur nutzen. Ich frage mich. Ich bin auf dich. Kanzi, bist du okay? Verdammt, du hast mich. Das ist schlecht. Das war's für heute. Will draw many back into suffering and strife. Why will you not understand this? Could you? I am a black man who has no power for you. I am not sure what happens. Das war's für heute. Das war's für mich. Yikes! Someone heal him! Du okay there, Kanji? Don't strain yourself. Counting on you! Persona! You're just injured! Come on, suck it up! Counting on you! . . . Hmmmmm... Oh Gott. Er kann auch nur mal angreifen. Okay. Ich habe gedacht, ich werde jetzt sterben. Die Fenster muss weg. Das Fenster muss weg. Ganz gefährlich. Ja, 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 ja. Die Fenster muss weg. Die Fenster muss weg. Die Fenster muss weg. Die Fenster muss weg. Ernsthaft? Ernsthaft? Die Fenster muss weg. 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 Quake It's like one connector, okay Good source Good source Das ist ein guter Wettbewerb, aber es ist ein guter Wettbewerb. Das war's für heute. Ich hätte bis zum nächsten mal ein bisschen trainieren müssen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.